Die Frage ist, können Menschen nach der Entrückung, können sich Menschen nach der Entrückung noch bekehren, können sie noch zum Glauben kommen und gerettet werden? Das heißt also, während der siebenjährigen Drangshalszeit können sich da noch Menschen bekehren, das ist die Frage. Von Pfingsten bis zur Entrückung wird das Evangelium der Gnade Gottes verkündigt, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Wer dieses Evangelium der Gnade Gottes annimmt, ist ein gerettetes Kind Gottes, ein Teil am Leib Christi und wird im Vaterhaus sein. Nach der Entrückung werden die Menschen, obwohl sie Augenzeuge der Entrückung waren, werden die Menschen, die dem Evangelium der Gnade nicht gehorcht oder geglaubt haben, werden mit aller Voraussicht der wirksamen Kraft des Irrwahns glauben und sie werden trotzdem nicht zum Glauben kommen an Gott bzw. an Jesus Christus, obwohl sie Augenzeuge der Entrückung waren, weil sie der wirksamen Kraft des Irrwahns glauben werden. 2. Thessaloniker 2, Vers 11 Und dennoch werden zwei Evangelium verkündigt werden in dieser siebenjährigen Drangshalszeit. Zum einen das sogenannte Evangelium des Reiches, Matthäus 24, Vers 14. Das Evangelium des Reiches wird vor allen Dingen an die Juden gerichtet werden, denn Gott wird während dieser siebenjährigen Drangshalszeit den heilsgeschichtlichen Faden mit dem Volk Israel, mit den Juden wieder aufnehmen, denn er möchte, dass sie Jesus Christus als ihren Messias annehmen. Und das ist der Inhalt des Evangelium des Reiches, dass Jesus Christus als Messias kommen wird, um die Menschen in das tausendjährige Friedensreich zu überführen. Und viele Juden werden dieses Evangelium annehmen im Glauben, aber viele werden es nicht annehmen und stattdessen dem Antichrist glauben. Das ist das eine Evangelium, das Evangelium des Reiches. Ein zweites Evangelium wird gepredigt werden in der zweiten Hälfte der siebenjährigen Drangshalszeit, in der sogenannten großen Drangshalszeit, das ewige Evangelium aus Offenbarung 14, Vers 6. Dieses ewige Evangelium wird von einem Engel verkündigt werden, in der Zeit, wo der Teufel selbst auf der Erde sein wird, um die Menschen massiv zu verführen, wird das ewige Evangelium an alle Menschen gerichtet werden durch einen Engel. Und der Inhalt ist, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Das ist der Inhalt des sogenannten ewigen Evangeliums. Das heißt, auch dann werden die Menschen die Chance haben, Gott als einen Rettergott anzunehmen, um gerettet zu werden vor der Verlorenheit. Alle Menschen, die während der siebenjährigen Drangshalszeit zum Glauben kommen werden, sei es durch das Evangelium des Reiches oder durch das ewige Evangelium, Offenbarung 14, Vers 6, werden bei der Wiederkunft Christi am Ende der siebenjährigen Drangshalszeit von Jesus Christus in Empfang genommen werden und er wird sie überführen in sein tausendjähriges Friedensreich. Die Menschen, die jetzt während der Gnadenzeit Jesus Christus nicht annehmen werden, werden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch nach der Entrückung keine Chance der Umkehr mehr haben, denn sie werden der wirksamen Kraft des Irrwahns glauben und verloren gehen. Amen. M MERあ das ist das ist was